So Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft, hier, Adventure with the Flo, hier, äh, ha, jo, bäh, und genau, heute, die heutige Map, wirklich cool, und wie gesagt, hier, Franzl Merch, ich hoffe man es sieht, hier, ich sah, und das Grüne ist einfach Dings, wie ein Greenscreen hier, äh, ich hoffe man es sieht hier, äh, wie gesagt, 1930.shop, wer noch keine Franzl Merch hat, äh, ich hab gesehen, richtig viele haben schon Franzl Merch hier gekauft, wieso bin ich eigentlich noch keiner, warum hast du noch keiner, ich weiß es nicht, Bro, ähm, alle, okay, break, crack the case, ja, genau, äh, wie gesagt, wenn ihr irgendwie ein Franzl das dann, äh, kauft oder so, könnt ihr einfach ein, äh, Screenshot, also ein Screenshot, ein Foto hier machen, einfach auf Instagram, lol, was ist das, Flo, ist das ein Helikopter, glaub ich, oder, ja, der kommt und landet da, ja, wo ist er denn, oh, Leute, vorne, oh, lol, hier vorne landet er, oder, was macht er, nein, da kommt er, da ist der Landeplatz, lol, er kommt wirklich, gell, Bone Blocks, Off-White, okay, ich glaub, wir müssen wir ihn runter, lol, cool, gell, wir brauchen keinen Sinn, ha, äh, ist drin, genau, äh, wie gesagt, wie gesagt, lol, okay, wie gesagt, einfach hier, ähm, ein Foto machen, auf Instagram, mich taggen, oder so, aber fitter, wie gesagt, der erste Adress, 0, 0, was ist das, das ist eine Maus, gell, was ist hier drinnen, da sind nur Köpfe drin, ist egal, okay, Köpfe, äh, mal kann ich, warte mal, oh, nein, okay, deine Mission, deine Mission, äh, würde ich die, äh, Mission, äh, akzeptieren, äh, dann geh auf Seite 2, okay, äh, Dings, genau, bleib blob, wir haben keine Wahl, bis zur Missionen, lol, oh mein Gott, Flo, schau mal, was, schau mal hier raus, oh mein Gott, warte mal, okay, ich drück mal Start, okay, wir müssen jetzt so quasi, so kleine Labormeis, wir müssen hier quasi, müssen wir suchen, oder, die Daten finden, lol, man kann hier einfach raus, oder, lol, Flo, ist einfach ein komplettes Haus, wie ist denn auch mini, klein, gell, okay, wir müssen hochgehen, zum Crawl Space, in den Seeding, lol, in die Decke, in die Decke, lol, wie cool es einfach ist, okay, warte mal, hier ist der Zeppich, ich sag mal, Computer, ist das safe, irgendwas, hier ist 100.000, äh, 100.000, äh, 100.000 Abonnenten, Play, warten, Flo, wirklich, ja, hier an der Wand, oh, lol, ich muss ja die Dings runter, äh, runternehmen, so, dass, das haben wir hier, oh, lol, hier geht's überall Leitern, kann man irgendwie rein, was da ist, oh, Leute, wir müssen kacke, schau mal, was, was ist das, nee, ich glaub, es ist einfach nur abgesperrt, in die Ecken kann man runterjumpen, okay, äh, nee, ist kein Klo, das ist ein Kühlschrank, Flo, ähm, genau, hier gibt's hier Lüftung, schlecht, da schaust du, da steht hier, steht irgendwas drinnen, äh, ich kann's nicht lesen, äh, du musst die Sachen finden, 64 irgendwas, okay, okay, hier, in den Callblock nehme ich lieber nicht draus, 64, äh, ich denke, irgendwie, Leute, es ist ein Gaming-PC, Gaming-PC, kann man da rein, lass mir irgendwie in die Küche gehen oder so, vielleicht ist es da, okay, man kann, glaub ich, nur in die Küche und irgendwie in den Computerraum, denke ich, okay, ähm, ja, komm mal her, Leute, komm in die Küche, warte mal, ich geh mal in den Papierkorb rein, hier ist ein Knopf, bei mir, äh, didn't make your jump, hit the button, okay, äh, wenn wir den Sprung nicht geschafft haben, äh, kann man irgendwie hoch, ich bin's, oh, ich bin's oben, aber da, bei mir ist nix, okay, okay, suchen wir weiter nach irgendwelchen Dingen, ähm, hier ist das ein Kühlschrank, gell, aber wie cool das einfach, ich hab den chest, laser drive, ich hab ne laser drive, brauchen wir das, ich denk schon, laser drive, ich hab das zu versuchen, okay, okay, pass auf, das siehst du alles, schau mal, hier spielt Minecraft alles, ja, ich kann grad nicht irgendwie zoomen, wenn ich grad optisch nicht drin hab, äh, komm mal irgendwie rein, warte mal, oh, ich bin runtergeflogen, äh, kannst du mich zu spielen, warte, ja, du kannst da rein, warte, gibt's hier am Anfang auch was, ne, glaub nicht, komm mal hier rein, oh, hier ist ein richtiges Ding, was ist das hier, oh, warte, ich hab nicht mehr Speed, kannst du noch was Speed geben, was, ich glaub, das ist der Map-Entwickler, oder, okay, ähm, hier, da sind richtig viele Leute einfach drin, glaub ich, ähm, ich weiß nicht, kann man zum, vielleicht irgendwer in der Hand so ne Flash Drive hat, das ist so ne, so ne, äh, Sonnenblume ist das, gell, so ne Sonnenblume, hier unten ist auch wieder irgendwas, steht ja, text save c 7 9 4 3, ist das ein, Code? Da oben ist ein Schild, Tyler's Button, warte mal, Tyler's Button, hier ist aber kein Button, äh, wirklich? Bisschen Schild, I can't believe you managed, äh, lol, oh, oh, ich wär schon wieder fast gestorben, ich geh mal in die Küche, ich glaub, in der Küche gibt es relativ viel hier zum machen, äh, da ist nix, also, da hab ich jetzt alles abgesucht, da gibt's nix mehr, bleib mal hier da, in die Küche ist einfach so riesig, ist unglaublich, ich hör einfach, kann man hier rein? Es muss eine Küche sein, da ist nix mehr, ja, 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 komm mal in die Küche irgendwie, ähm, in die, in die Kuchel, oh mein, in die Kuchel, ah, wie riesig, ja, gell, man kann, schau mal irgendwie bei den ganzen Stühlen, dass man irgendwie die hoch kann, bei den Kästen hier ist irgendwie, komm mal hier hinten, ist irgendwann Leiter, er ist auf jeden Fall offen hier, ich glaub, wir 10 Schoffen haben wir, haben wir eigentlich für uns schon so einen Rekorder erreicht hier, weil, kein Spaß, ich hab nicht alle 64, es sind 64 Schoffen, ich hab hier Dings zum, äh, suchen, aber du hast eins, oder? ich hab eins, äh, Laser Drive, Flash Drive, würd ich schon sagen, ähm, aber ihr musst ja irgendwann da, irgendwo reingehen, oder? warte, ich glaub, ich hab was, doch, ich hab was, wo bist du? okay, warte mal, äh, auch beim Ofen, beim Kühlschrank, ich hab der zweite Flash Drive, okay, äh, und im Kasten, irgendwo hinten, hinten im Kasten, okay, wir müssen irgendwie hoch, bist du oben? am Kühlschrank? ich hab den jump, lol, oh, hä, 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 wo bist du? ich verstehe, Dings, alle, hier bist du, gell? oh, hier geht's rein, Flo, aber hier kann man nicht rein, warte, 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 was steht hier, ich seh, schon wieder Laser Drive, 3 Laser Drive haben wir schon, oh, okay, kann man irgendwie hoch, Flo, äh, ja, aber irgendwo nicht den Button drücken, dann stirbst du, nein, nein, nicht, ich sag's doch noch, weil, das ist ja am Anfang, glaubst du auch irgendwo ohne Flash Drive, nie, oder? ne, glaub nicht, nein, 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 da haben wir schon, oh, ich brauch Night Vision Floor, ah, genau, äh, okay, hier kommen irgendwo rein, ah, die hab ich nicht, Laser Drive hab ich eins, hast du auch, okay, hier muss irgendwie, man muss irgendwie hochkommen, aber wie kommt man hier hoch, glaubst du mal, welche Stühle irgendwo, gibt's irgendwas? ich schau mal, ob deine Leiter ist, ich schau mal außerhalb, wo es einen Raum gibt, oh, leider, äh, Leiter, Leiter, ähm, oder irgendwo am Boden, ein Loch einfach, das könnte auch sein, aber ich siehe, keine Leiter, stimmt, es ist safe irgendwo, so ein kleines Loch oder so, hier ist die Tür, ne, weil das ist die offene Tür, warte, ich hab ne, ich hab ne, ich hab ne, ich hab ne Flash Drive, hinter der Tür war ne Flash Drive, äh, erlänger, bleibt man nicht, oh, 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 lol, da komm ich nicht drauf, ach so, lol, er safe ne, chest, ja, er ist drin, warte mal, ist gar so ein richtiges, sich die Kopfhörer, wo, 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 die Kabel, da wo du bist, ah, hier, 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 ich, hier komm mal hoch, glaub ich, oh, 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 hier ist ein Dings, glaub ich, eine Barriere, äh, komm mal irgendwie anders hoch, wir müssen, um die Mission zu starten, wir müssen in der Küche, in den Ventilator gehen, um hoch zu gehen, auf, 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 auf die Decke, in Ventilator, so, ich hab ein halbes Herz, äh, hier ist wieder, ah, ne, das ist das Spawn, ja, okay, es heißt, wenn die Lüftungsschacht gibt's irgendwo, ein Lüftungsschacht, ja, das hab ich schon gesehen hier, in der Küche angeblich steht da, wo ist da ein Ventilator, Lüftungsschacht, Ventilator oder Lüftungsschacht, Ventilator oder Lüftungsschacht, also, äh, Lüftungsschacht, also, äh, Lüftungsschacht, also, der ist zu, dieses Ding, kann man irgendwie öffnen, nee, hier sind mein Katsflug, oh, lol, oha, okay, oh, lol, location safe, okay, kommst du auch rauf, jetzt verstehe ich auch, oh, lol, look, you need to, oh, nein, ich bin nur drückwürgen, ich mach die ganze Zeit mehrfach mehr Sinn, oh, ich bin schon drückwürgen, oh, ich hab noch eine Flash Drive, Laser Drive, nice, okay, alles richtig, oh, erst so was, jetzt, Oh, oh, aber du nimmst fast kein Damage, ist gut, okay, du nimmst fast, oh, nein, wo bist du, okay, bist du da, aber wir spawnen da, oh, nein, es leckt grad irgendwie bei mir, bin die auch, oh, ne, bin wir nicht, oh, ja, es leckt, es leckt, es leckt nicht, okay, du musst schnell sein, nur so 16 Sekunden, wir müssen ganz rauf, okay, ganz schnell, ganz schnell, ganz hoch, und dann, hier ist was, hier ist was, warte mal, ja, da war ich schon, da war ich schon, war ein Flash Drive, okay, warte, nein, Ich bin drückwürgen, bis oben, okay, ich hab mich grad spät, oh, das ist Schwamm, Käse, ich glaube ich, Käse, Schwamm, da komm ich runter, glaube ich, ich glaube ich hab was, oder, hab ich was, ich denke, ich denke nicht, ach schon, erste Mission steht bei mir, es ist, oh, lol, was ist denn, oh, passiert irgendwas, oh, das ist ein Dropper, gell, ich hab's geschafft, Flash Drive, Laser Drive, wenn ich, oh, ich bin hier ein bisschen drücken, Wanna die, ja, ich mag natürlich sterben, so, äh, oh, lol, wo bin ich, äh, Flo, ich brauche Night Vision, Vision Night, okay, nice, ja, wir sind spät, okay, jetzt, hab ich, äh, noch eins, hier ist noch ein Flash Drive, ja, ich hab sechs, ja, ich hab sechs, noch eins, ich mein, hier, hier, hier im Gang weiter ist was gewesen, erhöhe, spring, sechs, okay, äh, komm, einfach irgendwie, mir ist wieder runter, glaube ich, hier geht's noch weiter in den Lüftungsschacht, richtig viel weiter, ist doch nicht Flash Drive, wir haben schon sieben, Flo, ich hab zwei, ich hab sieben, äh, ich hab sieben, äh, hier Geht's weiter, äh, zum Computer, warte mal, hier geht's noch weiter, nämlich, komm irgendwie durch, ne, hier kommt man nicht durch, okay, komm irgendwie weiter, und ne, hier ist eine Barriere, äh, komm irgendwie durch, ich glaube nicht, oder, ne, leider nicht, das ist irgendwie wieder, wieder runter zum Computer, irgendwie, aber steht was, steht noch, es gibt noch, es gibt noch andere Lüftungsschächter, ja, wie soll ich jetzt da, wieder zurückkommen, ich spawn immer wieder oben, ich brauch wieder Dings, nein, ich hab's dasselbe, das ist dasselbe Lüftungsschacht, Ich glaubst du, ich glaubst du, man muss einfach hier, ja, man muss wieder weiterkommen, oder, okay, wir haben wieder an, äh, Speed hier, nochmal, ich glaub man muss hier einfach runterspringen, denke ich, oder, ne, abbouncen, hier hochkommen, doch, nein, weißt du was, ich weiß, wo rauskommt, muss hier einfach abbouncen, na, warte, einen Versuch hab ich noch, so, also eigentlich hab ich noch, so, eigentlich hab ich noch, unendlich versuche, oder komm zu mir, doch, ich komm hier hoch, aber, aber, was, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich bin über am Tisch, Ich bin im Bett, ne, am, am Tisch, muss hier runterbouncen, und hier einfach Dings und oder tippe dich einfach irgendwie Nein, ich bin gerade selber irgendwo bei einer Maus Oh Leute, okay, ich bin am Tisch Ich hab eine Okay, ich hab Hey, aber da ist keine drin, die ist leer, warst du da schon bei so einer Maus? Leer? Maus? Nee, ja, doch, bei der Maus, das war ganz am Anfang, oder was meinst du? Neue Maus Keine Ahnung Hä? Wo muss ich jetzt hin? Äh Oh Achso, die Maus, meinst du? Da war irgendwo eine Maus Ich war mal Speed Leere Chess? Da war ich noch nicht Hä? Aber die war leer Hä? Ist doch nichts gespannt Aber die Maus, wie cool die einfach gemacht ist Ich kann hier insisted Denkst du, Jump'n'Run ich weiß nicht dass ich das irgendwie zweiten so kommt daran und warte mal ich bin gerade stuck ja wo bist du denn da kommen wir zu mir ich weiß ich weiß so doch du musst auf die das so warte mal was so okay ich komme ich mache so was das hier ist ein nagel ist ein nagel ist nichts ist ein chest also dies lege ich denke wir müssen wieder zurück schau mal 64 werden wir haben wir keines zwar weiß nicht du brauchst ja unendlich stunden schau muss hier einfach nach vorne gehen hier und genau bei der pflanze oben wieder aufkommen schau so wo ist eine pflanze schon da runter springen ganz noch ganz das höchste ist nicht so weit kommen dann muss ganz so hoch du kommst wieder runter und die pilch einfach okay ob es nicht einfach die zonne ich frage ist wie wir eigentlich jetzt hier weiter kommen ich glaube ich habe hier was hier waren wir da schon nee also lord bist wahrscheinlich gerade irgendwie weitergegangen ich kann ja was da reingehen was ist kalt schau ich trinke das wasser hätte es einfach dings ob ich bin einfach kommen irgendwie runter geht es nur abfluss ich bin einfach mal zu dir okay okay das ist auch nichts lassen wir weiter gehen ich glaube das tost oder so ist schon aus wie ein roboter hast du ja gell warte ich kann nicht nee das ist ein brot da komm ich schon wieder nicht hoch komisch komm ich hier hoch okay äh oh hier drüben hier ist ein toaster glaubst du springen das ja drück mal oh lol hä ich glaube springen nichts vielleicht steck ihn aus oder wie viel haben wir überhaupt jetzt aber dann kann man das hier aufdrehen die oder oh lol ich habe gerade shampoos bekommen ich auch ich habe auch shampoos ist hier oben glaubst du das ist nicht will oh okay ich glaube ich habe es geschafft aber was du nein äh alle bist du da ich habe noch gefordert ich auch wieder rein wischen wir kommen jetzt hoch also ich denke wir haben jetzt irgendwie ich habe schon sieben das tp klasse für 40 bis jetzt wieder ein dings glaube ich waren wir uns an ich habe hier ein paar räume gefunden lots of logs weiß nicht viele viele jetzt vielleicht schreibt ja hier ist wieder eine maus hast du schon ein tuch geschaut hier ist nichts gell ja nee oder warte gleich was gefunden ich bin super lauf ja ich hab dich jetzt gefunden ok wie viel hast du jetzt vier ok ich hab ich hab acht das soll das woche auf 13 spielen ok ich hab acht ja wie kommst du dahin das orange gibt dir shampoos oh 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 ja so kommen wir hoch ich glaube nicht wo ich gerade bin ich weiß doch nicht in glas glaube ich ist ein wasserglas und ist eine wasserflasche ich ertrinke oh no hier hier kann man raus oben ist in der chest du kannst du kannst hier aufmachen weiter warte 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 wie schon einmal ich habe ein profi okay wir haben die web durchgespielt aidBAW warten wir sind frei warte oder erwarte wir sind das wir sind frei wir sind wir sind wir sind frei ich glaube mein spiel ist gerade gecrascht oder nicht wie gesagt das like und aber dafür mehr minecraft dings hier irgendwie minecraft wie der ball ist hier mein job suchen hier ich schaue hier unbedingt er checkt der franz ab gerade ich hier habe ich es auch meine facecam ist gerade irgendwie dings wie gesagt 30 punkt job hier von zum match und ja wie gesagt erst mal die punkt job und lasst einen like und schreibt unbedingt kommentare hier und floh ist schon gelebt hast du liken aber da und schreibt in kommentare hier was hier was wir noch schreiben was wir noch spielen und manche suchen oder so empfiehlt uns einfach maps und das bleibt aber da und ciao